Miau, Miau, Miau Miau ...richtung Norden Kann sein, dass die Telefonie mit jemand anderem das heißt ja? Nöööööööööööööööö ...richtung Norden ist jetzt in der Littl-China-Town ...draht weiter Richtung Norden ...richtiert sie jetzt durch die Kanäle ...äh...PDs ...wird weiter Richtung Westen ...richtung Norden ...an der Säше... Schweif auf! ...Deal-Wall-Oh schweif ...richtung Bahama Mama und dann kann ich von unserer seite sagen auf jeden fall danke dass ihr hier seid aktuell ist auch sehr schön zu sehen ist wieder sagen wir sind hier eine familie das möchten wir auch so halten gereist damit alle an einem strang und das ist auch sehr schön zu sehen diese wege warum müssen die leute so was immer machen wir den richtung an der pd brücke ich schreibe es nicht nach norden richtung losgelände am arsch pym 01 10 55 fährt wieder richtung kanäle ich schreibe es nicht er ist in die kanäle runter richtung westen geht sie gut er hat ein bisschen durchgeschüttet das ist auf der linken Seite der kanäle aber passt schon wieder hoch die kanäle hoch äh steht was abgeschlossen au eieiei ich bin gestolpert warte ich gemacht und äh sister müssen zusammenarbeiten wach ja also haben wir nicht nur einen sack kies sondern wir haben jetzt schon einen sack äh äh sister das fischer hat alter ekelhaft kuschel wach ja wir wissen alle du bist müde auch wieder da ja das ist nichts zum essen ich muss das noch ein bisschen üben das ist kein lolli also mittelding du bist ein bisschen tiefer noch von den kammerjäger der hamster ist frei falsches zeitalter das wollte ich gerade sagen was wir halt eigentlich immer wieder ansprechen korruption ihr habt mitbekommen dass sachen rausgegeben werden dass sachen verkauft werden sollte ich oder sollten wir irgendjemand hier oben erwischen bei uns dann rechnet ihr nicht nur mit einer kündigen sondern auch mit härteren maßnahmen heißt die justiz wird dagegen euch vorgehen und ihr werdet euch den gräuel ziemlich der kollegen auch auf herrschen oder wie man das so schön nennt aufhetzen und im schlimmsten fall beerdige ich euch hinterm sd und das ist mir dann auch scheißegal seid euch dem im klaren jahr ist raus lasst es lieber sein oder ihr kommt hier nicht mehr leben draus war das auch noch ein paar themen die du gerne ansprechen